Das Anthropozän Anthropozän – ein Vorschlag zur Benennung einer neuen geochronologischen Epoche, des Zeitalters, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die Prozesse der Erde geworden ist. Das Anthropozän ist der Zeitraum in der geologischen Geschichte, in dem der Mensch den Planeten an den Rand seiner natürlichen Grenzen gebracht hat. Der Mensch wird von einem Mitgestalter dieser Erde zu einem dominierenden Merkmal. Er beherrscht die Ozeane, prägt die Landschaft, jede Form der Kultur, die Tiere. Es könnte sich um eine katastrophale Wende von großem Ausmaß handeln. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Wir leben nun in einer veränderten Welt. Es ist ein so grundlegender Wandel in der Art und Weise, wie sich die Erde verhält, dass wir dies zum Ausdruck bringen müssen. Und zwar so überzeugend wie möglich. Für alle. Wandel in der Art und Weise, wie sich die Erde verhält, Wandel in der Art und Weise, wie sich die Erde verhält, Vielen Dank.